Peter Sachs Videoblog Wunderschönen guten Morgen heute aus der HBLA in Hollerbrunn. In aller Herrgottsfrüh, es ist gerade 8.30 Uhr. Aber es hat einen besonderen Grund, warum ich heute da bin. Und zwar hat der Markus Kare im Musikunterricht ein Referat über Peter Sachs gemacht und habe mich gefragt, wie ich vorbeikommen kann. Das mache ich natürlich gerne. Und daraus ist jetzt ein ganzes Konzert für die gesamte HBLA geworden. In der zweiten Stunde, also direkt jetzt, gibt es dann draußen exklusiv für die HBLA Peter Sachs live im Tourzahl. Aktuell laufen drei Videos auf OTV, die werden wir dann auch im Klünzell hören. Das hat die Nord-Saxophon. Es gibt ja verschiedene Tonhöhe. Weg zu Ende. Drogen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Es geht an, wo du seitens Einstieg. Oh, sexy. Das sind die OTV-Saxophon Internet. Ich verstehe doch nichts. Untertitelung des ZDF für funk, 2017